Moin. Fuck! Der hat mir den Arsch abgepeitscht. Scheiße. Eine Bank. Nur für Forstbetrieb. Ah, hier könnte man einfach vorbeifahren, ne? Ja, dann fahren wir einfach außenrum lang. Ich dachte jetzt, Google hat das im Griff, aber auch nicht. Dann fahren wir einfach die Straße hier lang, die 933 bis Berlenbeck und dann fahren wir von da dahin. Das geht bestimmt auch. Was? 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 Mein Navi sagt hier rechts, deins auch. Ach so. Ja. Ja. Aber rechts ist schon richtig. Ja. Ja. War das eine Puppe oder ein Mensch? Ja. War das eine Puppe oder ein Mensch? Was war ein Mensch? Der sah so bewegungslos aus wie eine Attrappe. Meinst du? Ja. Am Anfang schon. Aber... Ja. Eigentlich steht da auch ein Neu-Sitz. Das gibt es mal. Das ist Ö2. Ja. Ja. Guck mal, das geht eigentlich in der Hünfte vor. Am Tor B2 oder so. Genau. Ach, Zivilisten, denken die sich und lachen sich kaputt. Ja. Der Moppel hat auch kürze Tonnen da vorne. Ja. Ja. Ich weiß ja heute, was ich mit den Steinen meinte. Ja. Aber er ist besser als die anderen Steine, die unbefestigten. Ja. Der Kopfsteinfaster ist doch gut. Das ist voll aufwendig, die alle zu legen hier, ne? Ja. Sieht aber noch modern aus, ne? Ja. Eigentlich so alt. Irgendwo muss man da auch, ne? Mhm. Die Halbkreise. Ja, genau. Die hat sich aber auch was vorgenommen. Mhm. Ja. 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 Robert! Robert! Oh, da kommt er. Ja, ja. Na, zum Glück nur 500 Meter. Ja. Wie weit ist noch ein Denkmal? 7 Kilometer. Ja. Ach, komisch. Eben waren sie gefühlt noch 14 vor 10 Minuten. Ja, irgendwie, das fing jetzt ganz im Fix, ne? Hab ich mir auch gedacht, ja. Ist richtig. Oh. 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 Da klicken wir besser aus. Und in 350 Meter rechts Breitennaht. Und in 500 Meter rechts Breitennaht. Das ist wie ein Bergsteiger, der zieht sich hoch. Und in 500 Meter rechts Breitennaht. Und in 500 Meter rechts Breitennaht. Oh ja. Was ist denn hier los? Die ganzen Arme sind von oben, ist eben rot. Deine? Ich luchte dich auf deine Arme. Nein. Meine auch. Wie verrückt. Was passiert? Ja. Gibt mir auch so. Mir nicht. Ich dachte schon, das ist nicht am Schweiß oder irgendwie so. Aber ist so. Arme sind rot. Habe ich auch. Und oben ist unten, aber hier. Sonnenbrand? Nein. Irgendwas durchgefahren. Wie heißen die? Traubenprozessionsspinner oder so. So ein Netz oder so ein Kram. Das kann nicht anders sein. Oder ich habe das vorhin gerochen. Aber bei mir ist... Da war richtig geluftet, wie diese Herkulesstauden immer riechen. Pfefferspray? Ne, das sind so Staudenbäume. Die sehen aus wie Pflanzenbäume. Die haben so einen richtig eigentümlichen Geruch. Und das hat richtig schon mal in der Nase so gezogen. Das war kurz vor diesem Schlamm. Aha. Habe ich schon gedacht, wo sind die Dinger, ne? Schmier geht es gar nicht aufgefallen, Meg. Ja, irgendwo. Das ist so irgendein Allergiekram. Das ist kein Sonnenbrand von Boden. Ist mir noch kaum gefahren. Vielleicht einen Schluck Wasser trinken? Ach, gut. Das trinkt mir ja dauerhaft. Na, hoffentlich wird es nicht schlimmer, ne? Aber es juckt nur ein bisschen. Es juckt wie Schwein, oh. Na gut, das ist egal. Da kannst du mal was du willst. Das ist einfach so. Morgen ist es weg. Ja. Ja, solange es nicht schlimmer wird, geht es, ne? Es juckt auch dich gerne in den Arm. Ja, ja. Oh, ich fühle mich so langartig. Ist jetzt alles dabei? Ja, ja. Nein, hier ist noch mehr. Ja, ja. Da muss man ja damals noch mit einem Meter Schaden aufrücken. Ja. Genau. Da muss man das Parabin mit da draufziehen und auch den Bett anziehen. Ist das ein Reifen oder so ein Reifenblatt? dein reifen ist gut ja also ich finde es fühlt sich fest an fester sand kein kannickel sand aber doch stellenweise schon ja und gucken ob es da besser ist auch schon das musste vata morgana sein von der allergie von der giftwolke hallo und wieder hier links vorbei hier hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles geplant Untertitelung des ZDF, 2020 Schlangen Das wäre ein kleiner Umweg, aber ginge auch Das ist bestimmt besser vom Höhenprofil und damit könnte man fahren Ja, das können wir auch mal versuchen Ich bin offen für alles Ja, da hätte ich meinen Arsch hier auf dem Settel, sondern hier zum Ausgleichen Das gehört aber nicht gerade Hier hinten ist jedenfalls zwei Kilometer davon, das ist jetzt gern. Sollte Geht es hier irgendwo rechts runter? Nein. Mein Nabi sagt rechts runter. Dann müssen wir sechs Minuten slower fahren. Dann müssen wir sechs Minuten mehr fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schlangen. Schlangen. Das ist nicht so gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Westfalen-Therme, Thermalfrei-Wad. Du hast Angst, wenn du doch fertig bist. Ja. Ja, eigentlich bin ich das. Wir sind jetzt noch in Bad Lipsch-Springe. Was ist das? Äh, Lipsch-Springe. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist der Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Hallo Phil! Hallo! Vorfahrt achten! Wir sind ja immer noch bergab hier. Ja, ja. Wenn wir uns am Ende noch mal vorziehen, dann rollen wir wieder ewig. Das ist der Wahnsinn, der ist doch gerne aus. Das ist der Wahnsinn. 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 Das ist ein bisschen strong. Das ist ein bisschen zu zweig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020